Oh, da ist er wieder! Nikita Bralle, ich küsse sein Herz. Ist der da? Das ist der Brevo. Das ist der! Ich hab letztens bei euch geguckt, ich hab's totgelacht. Hey Brate! Ja? Hallo, hey. Schon jetzt mit Ansage. Hey, hey. Hallo Brate. Das ist lustig. Jugo-Ding. Das ist krass, ne? Ja, Bralle. 2021. Wenn nicht Big Rap. Wer stimmt? Bralle. A.K.A. S.R.B.Ambata. Auf meiner Sahraana. Singen Babe mit Marama. Überholen lebt der Spur. Asi-Style. Sockenweiß. Oh, Mann. Und euch trotter Schweiß, weil ihr alles Fotzen seid. Ke Passa, du Scheißrapper. Ihr seid Fehler am Platz. Das ist mein Sektor. Perfekter Straßenstrick. Ditten fühlen Parenix. Chemie stimmt. Hab ich Ganja und Zigarre mit Stadt. Karaste, Pfeffer. In der Studie. Tankstein, Kaffee, OMW mit Panini. Immer riesig. Wie bei Rot oder Schwarz, Bralle. Rocker, Löpatz in dein Mord. Sag du Schwanz. Klär deine Mama zum Valentinstag. Dostadt Rosen. Krieg die Schwanz in den Arm. Schau. 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 Sabine. Schau. 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 Sie schwرج war Zeitrapen. Nee. Oha! Ich hab's aber alles deal'n mit Fakate. Was knatschen? Ich wollte von der Arsch backen. Zine Zigeunerin mal zappare. Was sage? Waaah! Hallo, was ist das? Was ist das? Zicke ist das? Ja, Mann! Das war Abgang! Das war Abgang! Das war Abgang! Stopp, stopp! Ich will jetzt hier nichts sagen. Erzähl. Ich will hier nichts sagen. Aber könnte es sein, dass Celo 385 Bornheim Interesse an Nikita Bralle hat? Nikita Bralle? Dass wir expandieren nach Österreich? Wir expandieren nach Österreich. Das wäre auch ein krasses Movement. Das klingt passend zu euch auf jeden Fall. Also man merkt schon, da sind auch viele Einflüsse von mir. Ich will jetzt nicht so frustrieren. Aber er setzt es geil um. Er setzt es wirklich sehr geil um. Auch so diese Sprüche. Punchlines, so ekelhafte Sprüche. Die kommen auf einmal auch so... Wie heißt es? Du erwartest es nicht. Also ich muss sagen, Nikita Bralle auf diesem Jugo-Betrugo-Azi-Slang. Er ist Maximum Fresh. Er macht schon geil, Bruder. Er macht das geil. Der Rückgang war auch unnummern. Maximum Fresh. Ich will sogar tatsächlich nochmal den ersten Vers hören. Bruder, auf meine Beerdigung kommen... ... auf Sahraene Baba mit Marame. Also da kommen alte Omas mit Dings... ... mit Kopftüchern. So sagst du das? Auf meine Beerdigung kommen alte Omas mit Kopftüchern. So weißt du? Auf Filmen. Das heißt, der war so Mafia-Pater. Der kommt... Oh, okay. Okay, wild. Das ist der Jugo-Swag. Das ist der Jugo-Swag. Den muss man erstmal checken. Zeig nochmal. Ganz kurz. Der Chat sagt 70 Prozent ja. Ja, ne? 70 ist ne Hausnummer. 70 ist ne Hausnummer. 70 ist ne Hausnummer. 80 ist ne Hausnummer. Ke-Pass-A-du scheiß-Rapper. Ihr seid Fehler am Platz. Das ist mein Sektor. Perfekter Straßenstrik. Ditten fühlen Parenix. Chemisch stimmt, hab ich Ganja und Zigarre mit Stadt Karate Pfefferspray in der Spidi. Tankstellen Kaffee OMW mit Panini. Immer riesig. OMW. Wie bei rot oder schwarz Bralle, rock alle Paz in dein Maul, sagt du Schwanz. Klär deine Mama zum Valentinstag, doch statt Rosen, krieg den Schwanz in den Arsch. Was ist hier vor wegen, Pal 1 von Cash und Kok, senkt jede Fuzze, sie hat da sein. Selbstberechtigung. Bralle, Bralle, ballert alle weg, bleibt der Hefe im Geschlecht, du kleiner Lele, du musst weg. Schrieb 90er Film, Puto de Mielova, Bratte, komm mit Tschuschli noch heute Motorola, trage. Cheese auf jeden Pico der Gratte. Motorola, was sagst du denn? Bralle, hol dir deine Kryptinger Bralle. Hypestara, Zof Strada, Bosch oder Karasch, Japan Tabak, mein Brader. SMTV Next, wenn ich euch... Was heißt Bralle eigentlich? Bralle ist so im Serien Bratte, aber so volkstümlich. Das steht nicht im Wörterbuch. Okay, auf geht's. Das ist man so Bralle. Hey, das ist Bralle, stell mal Bralle. Es ist auf jeden Fall Jebn Timaiko Musik. Das ist auf jeden Fall Jebn Timaiko, Sergio Taccini, Akrapovic Musik. Das ist von mir allerdings. Der macht hart. Nice, also heute waren nice zwei, drei Leute schon am Start. Ja, Nikita Bralle bin ich dabei. Der war auch einzig. Und für alle, die auch so viele sagen, ja Österreich, da, wie ist das? Der Herr kommt aus Österreich? Der hat mich überzeugt. Da geht was. Da geht was. Dave, ich würde auch sagen, fünfmal Chat Support für Nikita Bralle, wenn du mich fragst. Ja, auf jeden Fall. Sehr schafft, ja. Kuss geht raus, Bralle. Okay. Der ist gleich in deinen DMs, ich schwör bei Gott ist der sogar. Warte ab. Yes. Hallo, Cello, Bratte, ich bin's. Bitte, wir sind's. Bis zum nächsten Mal.